Die reichen Stadtmenschen wohnen in schicken Wohnungen. Aber die Luft ist so verschmutzt, dass sie nicht mal die Sterne sehen können. Wir wären ja verrückt, wenn wir mit irgendeinem von denen tauschen würden. Dr. Taylor hat gesagt, wir sollen in eine echte Schule gehen. Eine echte Schule, hä? Echte wird's nicht, Kinder. Ihr lernt, indem ihr lebt. Wirst du ihnen von uns erzählen? Du solltest dich nicht für uns schämen, nur weil wir einen anderen Lebensstil haben als du. Wann hast du deinen Sinn für Abenteuer verloren? Aufstehen, Kinder! Das FBI ist uns auf den Fersen! Er meint die Geldeinträger. Die Kinder haben es satt, jedes Mal in eine neue Stadt zu ziehen, weil du den Job verlierst. Weißt du, all dieses Umherziehen ist nur auf Zeit. Wir brauchen nur den perfekten Ort, dann können wir anfangen, unser Schloss zu bauen. Hier gibt es weder fließendes Wasser noch Strom. Hört nicht auf sie, sie wurde ohne Vision geboren. Meine Eltern haben ein leerstehendes Haus in der Lower East Side besetzt. Kannst du mir ehrlich sagen, dass du im Moment glücklich bist? Ja, das bin ich. Wir sind nicht die anderen Menschen. In unserem Inneren brennt ein Feuer. Du wurdest dazu geboren, die Welt zu verändern, nicht um eine von vielen zu sein. Wieso, glaubst du, sind wir alle von euch weggegangen? Wir waren dabei, unterzugehen. Ich würde nie zulassen, dass dir etwas Schlimmes passiert. Aber du kannst nicht dein ganzes Leben lang an etwas festhalten, nur weil du Angst hast. Es war deine Aufgabe, uns zu beschützen. Du hast das Recht, wütend zu sein. Ich weiß, du hast ihn lieb und du wirst es bereuen, wenn du nicht nach Hause kommst. Du bist nicht wie ich. Doch, ich bin wie du. Und darüber bin ich froh. Ich bin wie du. Und darüber bin ich froh.